Ich habe eine türkische Frau, aber ich kann keinen Türken. Was ist MGS? Erzähl dir doch. Steht Halal darauf. Und man verzehrt dies, aber ist doch nicht Halal. Aber man weiß nicht, dass es nicht Halal ist. Darf man dies trotzdem verzehren, weil es Halal ist. Guckt mal, ich sage euch eine einfache Lösung, die euch keine Fitna mehr in eure Köpfe lässt. Nein, das ist die Sache. Wir sagen, liebe Geschwister, du darfst nicht urteilen, wenn du nicht genau im Klaren bist, was das ist. Aber wenn du selber nicht essen willst, dann isst nicht. Aber sag nicht den Leuten das Ja und das Nein, wo du es nicht genau weißt. Wenn du es genau weißt, ist das anders. Alles klar. Wir sind in der Pratschung für alles. Gemein dir ist der Freude der Ratschung. Das ist der Fahne und der Klingel für alle Waffen. Schönen Sie uns im Klartger, ich sage euch. Erstens, euer Bebell. Also, ich bin toterm Schöner. Ich bin zu dem Klart. Alles klar. büßchen. Wir bellen, alles klar. Schönen Sie mich.